Ein herzliches Willkommen hier wieder zurück bei Clash of Clans am späten Abend, so gegen 0 Uhr nehme ich mal wieder auf. Ja, heute ist Samstag, also Sonntag ist heute, wenn die Folge rauskommt und ja, dementsprechend kann ich auch mal lange aufbleiben, deswegen kommt die Folge erst so spät, so. Aber heute ist auch ein Tag, an dem endlich mal beide Folgen da sind, an dem es geklappt hat, dass ich FIFA und Clash of Clans bringen konnte. Ach, weil ich im Vorfeld nochmal andere Sachen hochgeladen habe und das dann besser koordiniert habe, aber so in einer Nacht ist es immer schwer, weil mein Internet ist nicht gerade das Schnellste. Ach, das dauert 15 Minuten, ne? Ne, 30 Minuten, ne, ne, dann nicht. Dann nicht, dann schützen wir uns einfach gleich so in den Kampf. Ähm, ne, Barbaren kann ich jetzt nicht spenden. Was hab ich denn? Ach, die Magie hab ich eigentlich nur gemacht, damit ich die anderen Leuten spenden kann. Und dann will die noch keiner mehr. Das ist so ein Kack, ne? Ich mach die, ich mach ganz halt so viele, damit ich ganz vielen Leuten etwas spenden kann. So, warte, wir warten jetzt kurz nochmal, bis die da fertig sind. Mein Kriegslauf ist irgendwie voll anders, das ist voll scheiße. Ähm, da muss ich das mal umstellen. Ach, stimmt, meine Kobolde sind ja noch gar nicht geupgradet. Ah, deswegen hab ich die ja eigentlich jetzt gemacht, weil ich dachte, die sind geupgradet, aber anscheinend noch nicht passiert. So, jetzt warten wir mal. Und heute, es ist ja wieder hier mit einem Tag, Dingens. Deswegen hab ich jetzt alle Sachen wieder so gemacht, dass es ein Tag ist. Ähm, ich spare gerade darauf, das Rathaus zu upgraden. Ich spare wirklich darauf, deswegen nimm's mir nicht übel, wenn ich so ein bisschen länger brauche, so. Ja, dauert ein bisschen. So, wir können ja schon mal gucken, wen welche angreifen. Ähm, nee, ich kann ja schon mal irgendwelche Kämpfe zeigen. Wir hätten von uns, ach, der Raffa hat drei Stück geholt, das ist ja schön. Dann gucken wir mal da rein. Naja, gucken wir mal. Ah, mit Mauerb... Ah, ich hab die vergessen einzupacken. Oder doch, ich hab welche. Oh, was ist das denn für ein Riese? Der sieht komisch aus. Der hat so ein schwarzes Teil an. Ja, sehr viel Fell, also sehr behaart, dieser Riese. Aber ich will auch so ein Drachen. Guck mal, die Drachen, die machen immer so schnell alles. Kaputt, ne? Aber Heiler sind auch geil. Aber, jo, ich hab leider nicht das nötige Kleingeld, um das zu upgraden, ne? Sonst hätte ich ja, aber... Na gut, muss ich mal gucken, dass ich mir sowas anschaffe. Magiertürme. Na gut, guck mal, die Heilen, die so schön effektiv. Okay, manchmal nützt es auch nix, ne? Wenn man zu viel Flächenschaden kriegt. Aber ne, gut. Dann ist das halt so. Aber... Ja, guck mal, da, siehe an. Es hilft. Oh, mit der no Barbarenkönig Level 4 ist klar, dass der verliert. Und ich will auch so einen haben. Mann. Das ist so scheiße. Ja, ich krieg bald einen. Irgendwann. Irgendwann hol ich mir den auch noch. Mal gucken, wann. So. Und jetzt ist es nicht schon kaputt. Ah ja, da ist noch so ein Teil, ne? Und da ist auch noch so ein Teil. Ne. Ja. Mach mal schneller und dann ist das Ganze auch schon kaputt. Und da sind die drei Sterne. So. Ich will natürlich... Wir liegen gerade zurück, aber... Ich möchte das Ganze wieder gerade biegen. Ich fordere jetzt erstmal irgendwas an. Brauche ich zwar, glaube ich, für den ersten Kampf noch nicht, aber... Ich muss mal gucken. Sind sie voll? Was haben wir da? Ach toll, mit vier Bogenschützen nützt es auch voll, ey. Ja, ja. Aber ich greife mal die 45 an. Die sieht eigentlich nicht so stark aus, hä? Ich hätte drei Sterne. Okay. Die hat drei Sterne geschafft. Ähm. Scheiße, ich habe gerade nicht so gute Truppen. Sehe ich gerade so. Ähm. Wo greife ich denn an, von welcher Seite? Ähm. Die Reifen war mal da an. So. Und dann mit... Ach du Scheiße. Ach. Ja. Kacke. Die Magier. Geht mal da hin. Nimmt mal das. Und, ähm. Dann können wir mal gucken, dass wir die da... die Koboide da ein bisschen untergebracht kriegen. So. Ach, Scheiße. Scheiße. Ja. Da war mein Fehler hier. Na, ich glaube, ich hole nicht alle. Äh. Ach Gott. Bin so schlecht, ey. So. Gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Aber irgendwie sieht das nicht so weit aus. Weil ich hab... Äh. Jetzt hab ich... Ach Gott. Ich hab... Ich hab die Sachen verpatzt, ne? So. Gucken wir mal, dass wir hier ein paar Magierchen hinmachen. Mach das mal kaputt hier schnell. So. Und jetzt brecht er da einfach mal durch. Gucken wir mal, wie viele Sterne wir holen. Gucken wir einfach mal. So. Mach mal kaputt hier. Zack. Dann kannst du da auch schon durchgehen. Ach. Die zweiten Mauern. Die sind immer kritisch. Die zweiten. Ach. Das ist so ne Scheiße. Echt ne Scheiße, ey. Diese zweite Mauer. Na gut. Vielleicht holen wir ja den zweiten Stern. Na gut. Einen haben wir ja schon, ne? Aber. Irgendwie war das dann doch Verschwendung. Mal gucken. Der zweite. Mh. Naja. Mal gucken, wie viele die Magier noch schaffen. Aber es sieht nicht so gut aus. Oder? 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 Nein. Toll. Der eine Bogenschütze. Was schafft der denn noch? Hm. Nix. Toll. Nö. Sehr schön. Ja. Der zweite Stern lag auf dem Fuß. Aber. Schade. Ich hatte die Clan-Truppen nicht. Ach. Das ist schade. Na gut. Den einen will ich jetzt nicht verschwenden. Ja. Scheiße. Ich wollte eigentlich drei holen. Aber na gut. Dann hat man nix geholt. Äh. Okay. Einen Stern. Ach. Ich muss mal mehr. Ja. War ich die Magier? Ich muss jetzt mal. So ganz viele Bogenschützen. So unauffällig. Ne? Produzieren. Scheiß auf Riesen. Ne? Wir produzieren jetzt einfach mal Bogenschützen. Und machen wir. Greifen wir damit dann irgendwann mal an. So machen es die anderen bei mir auch. Ne? Hab ich gesehen. Vielleicht ist es ja dann doch effektiver. Wir klicken da jetzt die ganze Zeit drauf. Und gucken mal. Dass es irgendwie geht. Habt ihr vielleicht irgendwie einen Tipp für mich im Angriff. Dass ich da irgendwie besser vorankomme. Anstatt Sonnenkack da zu machen. Das ist wirklich so ein Scheiß. Ey. So. Jetzt hab ich nur Bogenschützen. Und die müssen das doch wohl machen. Wir müssen das echt mal machen. Das wär doch mal geil. So. So. Was machen wir? Hm. Mal zahlen wir mal. Hier den da. Den Kevin. Gucken wir mal was der so gemacht hat. Ah je je. Die Gold. Ja nicht. Ich muss mal wieder mit Ballons angreifen. Das ist glaube ich mein Fehler. Weil ich die Ballons gar nicht mehr einbeziehe. Und dann. Ja. Ich sollte das mal wieder machen. Solange die keine. So was haben. Sind die Ballons eigentlich recht gut. Ach. Wenn ich mit Ballons angegriffen hätte. Wäre das vielleicht. Kein Thema gewesen. Aber warum sind die Riesen da so schwarz? Ist das neu? Hab ich vorher noch nie gesehen. Dass die so. Nicht so krüppelig aussehen. Oder gibt's da neue. Oder. Oder wie ist das denn? Hab ich noch nie gesehen. Dass die auf einmal schwarz sind. Naja gut. Gut. Die Bogenschützen. Die machen die schon kaputt hier. Naja. Das geht schon. So. Was haben wir hier? Ja die sind nicht schwarz. Hm. Keine Ahnung. Aber manchmal sind die Riesen richtig stark. Aber so. Was mit dem Bogenschützen. Das ist eine gute Taktik. Insofern. Weil. Du hast ganz viele. Und. So ein Teil kann dir immer nur einen angreifen. Und wenn er 120 auf allen Fleck hast. Kann er da nicht alle. Dann macht der nicht unbedingt One Hit. Ne. Sondern vielleicht. Äh. True Hit oder so. Und dann braucht er seine Zeit. Ne. Deswegen. Dann mach ich das jetzt beim nächsten Kampf. Mal mit 120. Und gucke dann mal. Ich hab die Eltern da nur so komisch geschafft. Das ist die 44. Ah die 44 hätte ich mal machen müssen. Guck mal die hat fast gar nichts. Ach. Schade. Die hätte ich machen müssen. Aber dann hat man in dem Moment. Hat man da gar nicht dran gedacht. Ja. Wie sieht es mit dem Bogenschützen aus? Naja. Relativ. Na jetzt kann dir nur was dauern. Aber an dieser Stelle würde ich ganz gerne die heutige Folge beenden. Nicht wie viel FIFA spielen gehen. Ne. Obwohl es schon so spät ist. Ich suchte das voll. Ja. Versteht mich doch. Das ist ein geiles Spiel. Und. Ja. Dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Hier bei. Clash of Clans.